Und, äh, welche Tiere stellen sich immer tot? Waren das nicht die Märsch, äh, ne, die Karotten, äh, die Karotten. Ich meine, die Frätzchen waren... Waren die das... Waren doch nicht die Frätzchen einfach totes? Oh mein Gott. Auf geht's zu Klödi. Leute, wir sind bei Klödi und haben immer noch... Und wir sind immer noch bei Klödi. Wir haben hier so einen Juicy Survivor. Hä? Hier war doch... Hier. Ach, das ist meine... Das ist meine Blutspur. Multi-Stream mit der lieben Tama machen. Allerdings, äh, spielen wir nicht DVD, sondern wir spielen, ähm... DVD. Und ja, testen wir das mal aus. Ja! 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 What the fuck?